Hallo, ich bin Stefan Bauer, Vibafonspieler, improvisierte Musik, BAM, Black American Music, wie es einige nennen, aber auch europäische Musik. Unter dem Titel Mosaic werde ich mit einem Quartett demnächst ein paar Konzerte spielen. Das Quartett besteht zuallererst aus Terry Clark, Schlagzeuger aus Toronto, Kanada, der auf unzähligen CDs und LPs verewigt ist. Von Oscar Peterson, Fifth Dimension über Toshiko Akiyoshi Big Band und vor allem mit dem Gitarristen Jim Hall. Da gibt es ein paar legendäre Aufnahmen. Dann ihm zur Seite stehen wird Bassist Matthias Akiyo Nowak aus Köln, Professor mittlerweile, eine etablierte Figur im deutschen Musikleben. Und Saxophonist Matthew Halpin, ursprünglich aus Dublin, England, äh, Irland. Uh, großer Fehler. Dublin, Irland, nach vielen Jahren in Köln, mittlerweile in Wien. Fantastischer Saxophonist und Schreiber und Produzent kleiner Videos. Sehr lustig. Ähm, und meine Wenigkeit, wie gesagt, am Vivafon. Ich schreibe auch für diese Gelegenheiten. Und, äh, ich bringe Leute zusammen eigentlich jedes Jahr, die sonst nicht in diesen Breitengraden so zu hören sind, zumindest nicht in Zusammensetzungen, in denen sie sonst nicht so auftauchen. Und das wird hier passieren. Dem liegt eine Message inne, nämlich Kooperation über Generationen, über Kulturen hinweg. Ähm, wir machen das Ganze unter dem Titel Mosaic. Ähm, kanadisches Mosaic im Gegensatz zum amerikanischen Melting Pot. Da wurde, ähm, ermutigt, dass jeder die Stärken seiner Herkunft mit in das große Zelt Kanada bringt. Eine Nachricht, die, finde ich, man ohne weiteres auf Jazz übertragen kann. Wir spielen, äh, ab nächster Woche, 14.12. in Dachtheater Warendorf, dann am 15.12. in der Altstadt Schmiede Recklinghausen, dann am 16.12. in Domizil Dortmund und am 17.12. morgens um 11.30 Uhr in der Buchhandlung Post in Essen. Dem voran gibt's noch ein Konzert, nämlich im Süden von Holland, in der wunderschönen Stadt Maastricht, um 21 Uhr am 12.12. im Lumière. So heißt der Club. Ähm, ich würde mich sehr freuen, euch dort zu sehen und ich bin gespannt, was es gibt. Es wird gut, da gibt's überhaupt keine Frage. Bis dahin.